so müssten wir wieder klar sehen oder hallo immer noch geht es mit dem energiethema weiter diesmal nicht bei nacht sondern eher bei tag im zweiten teil bei dem teil wie funktioniert freie energie und da ist mir in den letzten halben jahr krasses zeug passiert was ich euch nicht vorenthalten will ich habe mir jetzt mal eine hypothetische geschichte zurecht gelegt im kopf und ich fordere euch auf die zu überprüfen ob es so ist und ob ich mir diese ganzen details richtig gemerkt habe ich habe vorher zwar noch mal versucht mir die ganzen details noch mal anzuschauen aber alles ist schief gegangen bei der recherche die internetseite nicht gefunden das buch nicht gefunden was ich dachte lauter so Sachen also habe ich mir gesagt machen wir es mal aus dem kopf heraus und zwar in der hypothetischen geschichte geht es um eine weibliche menschen ein weiblichen mensch ein weibliches wesen was in ddr zeiten den beruf physiker erlernt hat oder besser gesagt das studiert hat kurz vor der wende war es dann so gewesen dass die computer so weit entwickelt waren dass physik interessierte und mathematik interessierte eine riesen spielwiese hatten und in der zeit konnte sie nach lauter rust also wie sie es da gerade wollte probieren sie probierte damals mit fraktalen herum hat jetzt nicht unbedingt was mit physik zu tun aber hängt im weitesten sind auch damit zusammen fraktale ist dieses zeugs mit dem apfelbrot männchen oder julia menge den begriff gibt es da auch noch irgendwie und zwar geht es da eigentlich nur darum dass man eine formel hat und das ergebnis der formel wieder als startwert eingesetzt wird und dann so nach und nach punkte auf diesem diagramm da eben entstehen wenn man so eine x und y achse hat wenn man es noch ein bisschen komplexer machen will vielleicht sogar z-achse mit rein wer weiß dreidimensional geht es bestimmt auch darzustellen aber lassen wir das mal beim zweidimensionalen damit hatten diese computer nämlich die ganzen letzten jahrzehnte richtig viel zu tun dieses apfelbrot männchen was der bender mandelbrot in den 70er jahren mal rausgehauen hat war eine formel ich suche sie dann noch mal raus und blende sie ein also diese formel da und wenn man die halt berechnen lassen dann kam dieses bild hier raus was wie äpfel mit spitzen an äpfel mit spitzen aussieht und wenn man sich die ränder anschaut sieht man dass das wieder lauter solche kleinen genau solche äpfel sind wie das ganze große bild ist und das bild kann man eben hineinzoomen wenn man möchte wenn man die programme eben hat und damit sind die letzten jahrzehnte statt auch viele benchmark tests von pcs gemacht worden ich meine je schneller und je tiefer man da reinzoomen kann desto höhere rechenleistung brauchste und ja da haben die in den letzten jahren weltrekorder damit aufgestellt dann ist es irgendwann so schnell geworden dass wenn du dir das anguckst das auge gar nicht mehr so richtig mitkommen kann und ich glaube jetzt sind sie so bei 3d angelangt okay bleiben aber erst mal so bei 1989 wo die computer noch so im c64 und amiga status gewesen sind und ups die wende kam und die aufgabengebiete wurden den industriellen zwecken zugewandt kann man ja verstehen irgendwie naja jedenfalls hat sie dann aber nicht aufgegeben und hat privat zu hause weiter geforscht mit einem kleinen wasen amiga gewesen ja wird schon amiga gewesen sein irgend sowas war es gewesen und musste sich natürlich aber auch noch geld irgendwie dazu verdienen jetzt so als arbeitslose physikerin sozusagen ist dann bei der raumfahrt untergekommen in der östlichen raumfahrt organisation und die haben solche programmierer gebraucht die sich mit fraktalen ausgekannt haben um ihre planeten und ihre sonnen zu berechnen wenn man da so ein schnitzel eben hat aus dem fernen glas irgendwie her und weiß wie das komplett ding auszusehen hat dann muss man das ja irgendwie füllen und nur copy und paste mit photoshop ist langweilig fällt auch auf aber diese fraktal formel da die macht dieses anfangs bildchen kopiert immer aber auch mit einem mit einer kleinen änderung sozusagen immer ähnlich aber nie komplett gleich und somit kann man dann ein komplett neues bild mit dem sachen befüllen mit dem man befüllen will ja und eines tages sollte sie irgendwie so eine sonne berechnen und nachdem sein fertig war hat das programm aber ganz komische sachen gemacht wenn es irgendwie aufgegangen und dann wieder zusammengegangen in was geben ist sonne entstanden und sie wollte ja aber ihren job machen war ihre aufgabe gewesen und hat dann den fehler gesucht das hat sie angekotzt dass das passiert ist schätze ich mal also auf die suche gegangen und hat mitbekommen dass bei dieser abgewandelten mandelbrot formel die dafür das programm verwandt worden ist und dieses fraktate da eben zu berechnen in klinger fehler drin gewesen ist ob er es tipp fehler gewesen ist oder von künstlicher intelligenz absichtlich da reingemacht wollen wir erstmal dahingestellt lassen fakt war jedenfalls dass stadt hoch minus 1 x glaube ich hoch minus stern stand oder so ähnlich jedenfalls stadt hoch x hoch stern einmal ganz speziellen punkt von der formel und daraufhin hat das programm eben diese komischen sachen gemacht ja da das programm da trotzdem irgendwas gemacht hat muss dieses stern ja auch irgendwas bedeuten und dann hat die geschichte halt dann mal kollegen erzählt und ein kollege verlieren professor war es dann glaube ich gewesen hat sie dann auf so eine vier punkt antennen gleichung aufmerksam gemacht wo dann mit diesem hochstamm eben gerechnet wird und als sie sich das dann so durchdacht hat und gemerkt hat naja da steckt ja ein system dahinter ist ja gar kein zufall war gar nicht schlimm dass ihr das passiert ist für die für das raumfahrt unternehmen wo sie so berechnen sollte und ich weiß das nicht wie es passiert ist jedenfalls ist sie dann auf die idee gekommen dieses geänderte hochsternen in die original mandelbrot formel einzusetzen und auf einmal war da nicht mehr dieses ab für brotmännchen sondern die schnittpunkte sind zwar ähnlich wenn man die zwei bilder dann mal hälfte an hälfte aneinander legt wird man sehen kam das ding dabei raus ich habe es noch nicht überprüft ich glaube ich glaube dem jetzt mal ähm wäre ja ziemlich leicht zu überprüfen mit jedem x-beliebigen pc aber das ist doch schon heftig oder jetzt sagt sie die das da gesehen hat die physikerin es hätte ähnlichkeit mit dem katzenauge im querschnitt mit pupille mit ihres mit allem drum und dran und da ist es dann natürlich das war natürlich richtig interessant bis dahin konnte man zwar an dem afribrotmännchen so ein bisschen gewisse spiralen ein kleines bisschen ähnlichkeit zur natur schon finden wenn man gewisse früchte und sowas sich anguckt oder so nun oder sowas aber ähm so ein komplettes naturgebilde wie ein komplettes blatt oder was weiß ich ein bein oder irgendwas wo ein bisschen komplexität dahinter stecken muss das war bis dahin noch nicht der fall und ab da dann aber schon und wie es dann passiert ist weiß ich auch nicht aber irgendwie ist es dann erst vor zwei drei jahren passiert dass sie aus diesem also dieses auge ist natürlich auch nur ein teil von dem ganzen diese mandelbrotformel ist eigentlich nur ein spezieller teil dieser urformel so wie ich das momentan verstanden habe wenn man das jetzt so weit vereinfacht aufs einfachste zurück geht bleibt dann irgendwie übrig x ist gleich x hoch 1 durch x oder hoch minus 1 durch x je nachdem also ihr gefällt hoch minus 1 durch x besser aber man könnte es auch mit 1 durch x machen also etwas nehmen und dieses 1 durch x ist der kehrwert mit dem kehrwert hoch nehmen hoch multiplizieren also da haben die mathematiker die perfekteren ausdrücke dafür aber allein dass man aus dieser formel so ein ding raus bekommen kann zeige ich es zeige ich es nicht ach ich verlinke mal das video hier unten also das muss sich wirklich mal selbst angucken weil ist ihr ding ich bin jetzt das tour dahin und wenn ihr das tour nehmen wollt dann nehmt es und wenn ihr denkt das ist noch nicht die zeit dann lasst es ja 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 das war es dann eigentlich schon habe ich irgendwelche wichtigen sachen vergessen ja na klar haben wir was vergessen ja und zwar zu erklären was denn jetzt die energie ist oder wie die funktioniert nach der recherche mit diesen wirbel themen werdet ihr ja mitbekommen dass es da ziemlich viele wirbel gibt eigentlich wenn man es abkürzen will momentan so der standpunkt den ihr von mir hören könnt den ihr von mir hören könnt den ich von anderen zu erfahren habe der sich auch bei mir ein schönes bild im kopf gemacht hat das ist dass es nur wirbel in wirbel in wirbel gibt die alles sich aneinander ketten können bis zu einer bestimmten anzahl und dann können die einen großen wirbel ergeben und immer größere und aber auch immer kleinere ne da gibt es irgendwie ich weiß nicht so richtig nach oben hin vielleicht kein ende und nach unten hin vielleicht auch kein ende und wir sind halt jetzt gerade momentan hier in dieser wellenlänge drin gerade eben momentan diese wirbel wirbel natürlich überall ne und da kann man ja dann die energie abgreifen ich glaube so machen wir das momentan auch wenn man normale elektrik also normalen strom erzeugen vielleicht noch nicht ganz so wie wir es machen könnten aber es hat ja bestimmt auch seinen grund dass es momentan so ist wie es ist wer weiß was die früher vor 100 jahren da schon drüber gedacht haben oder gewusst haben wenn ich so die experimente mir da anguckt die da verlinkt worden sind wenn man sich mit den wirbelthemen beschäftigt da kommt man auf k herr von reichenbach und andere die dann feinfühlige menschen eingesetzt haben die im dunkeln dann aus wenn sie zwei stunden im dunkeln drin saßen aus stromleitern wo nur strom drauf gegeben wurden ist aber der nirgendwo lang geflossen ist sozusagen wie so kleine lichter am ende des kabels sehen konnten dann nach einiger zeit um solche sachen geht es dann jetzt glaube ich mal so richtig der punkt ist meiner meinung nach jetzt schon irgendwie ich will nicht sagen überschritten bei mir steht immer noch kein selbstläufer zu hause aber es wird mich jetzt nicht mehr so sehr verblüffen wie vor einem jahr noch wenn da jetzt einer hier stehen würde wollen wir es mal so sagen vielleicht bauen wir auch selber ein wenn wir dürfen ich glaube das auch noch so ein großes thema dabei weil tja irgendwie ist der konstantin meyer den ich in dem ersten video als hauptquelle mit verlinkt habe das war damals der einzige der am rampenlicht stand und als doktor da gesagt hat wo es eventuell lang geht der hat ja damals auch schon in seinen späteren vorträgen gemeint dass es wohl kein problem wäre so eine maschine zu bauen aber wer übernimmt denn dann die verantwortung dass an der stelle dann ein energiesug eben herrscht und die energien eben abgesaugt werden in die wir ja auch eingebettet sind als biokondensatoren mit unserem kleinen mittelwirbel den man hier sieht und unseren großen auch ein wirbel wenn man den so nennen kann der uns feinstofflich außen eben von unten wieder speist wenn es so ist was jetzt alles zu beweisen wäre da würde ich mich freuen wenn es jetzt endlich los geht und wieder endlich licht reinbringen können einen praktischen test dazu habe ich gemacht den möchte ich euch nicht vorenthalten und zwar geht es dabei um pyramiden los ging es mit dem nico neubauer der in brandenburg da oben beim ort lenin in bauernhof eine zeit lang unter seinen fittichen hatte und durch victor schauberger wissen wollen wir mal wissen sagen wollen wir es damit abkürzen kleine steinhügel in seinen garten reingestellt hat und unter den steinhügel waren tontöpfe gewesen da hat praktisch ein loch gebuddelt hat da seinen tontopf reingestellt hat den tontopf mit wasser aufgefüllt und hat da drüber steine gestapelt ne dann ist das wasser langsam durch den tontopf weggesickert die pflanzen rundherum hatten dann immer was gehabt musst du nicht gießen und nach oben hin konnte nichts verdunsten weil ein haufen steine drüber gewesen sind so weit so gut habe ich mir gedacht ich bin ja faul im garten gießen ist immer kacke habe ich mir so ein ding gebaut und habe aber keine normalen so wie man auf dem acker findet solche quarts steine gehabt so unförmigen sondern halt normale ziegelförmigen steine keine ziegelsteine aber halt diese die da so die form hatten und wie man es halt macht wie man es von kind her kennt baut man dann türme und nach oben hin man spitze hatte ich am ende eine pyramide gehabt voll aus dem bauch heraus unten so einen runden tontopf reingestellt wasser reingekippt und habe das sein zeugs machen lassen es hat mich gewundert weil ich da nie was nachkippen musste der topf ist aber nicht glassiert glaube ich heißt so glassiert jedenfalls ist da keine lackschicht drauf und er kann eigentlich durchdiffundieren das wasser da also muss ja von irgendwo her immer wieder wasser nachkommen ja und wie das jetzt funktioniert das habe ich die ganze zeit nie kapiert ich habe mich gewundert im winter gefriert das nicht das ist auf höhe da wo alles andere hochgefriert direkt daneben ist ein teich der ist 50 cm tief der ist bis unten durchgefroren und einen halben meter daneben steht die pyramide mit dem tontopf drin der viel höher gelegen ist und da ist nichts da ist kein topf gesprungen also ist da drin also auch kein eis entstanden glaube ich im winter habe ich noch nicht nachgeguckt aber im sommer wo ich nachgeguckt habe das ding ist nicht gesprungen also dürfte es eigentlich kein eis gegeben haben ja und im sommer auch bei 30 40 grad hitze da draußen man muss nichts reingießen und ich wusste die ganze zeit nicht wie das funktioniert bis eben diese physikerin mathematikerin da in einem ihrer interviews war es glaube ich gewesen oder stand es in ihrem buch ich weiß gar nicht so richtig wo ich es her habe jedenfalls kam die dann an mit dem argument dass in so einer pyramide perfekt sich wirbel ausbilden können und nachts wenn dieses meer in dem wir hier alle drin rumschwimmen ist ja eigentlich gasförmiges wasser wo wir hier drin sind 54 prozent luftdurchkeit oder sonst wie viel ist gasförmiges wasser hauptsächlich das kommt nachts runter oder verdichtet sich ja weil es kühler irgendwie wird und wenn es in dem moment dann irgendwie in so einem wirbel gefangen wird kann man es wohl dann viel schneller kondensieren lassen wenn man es kondensieren dann nennen will oder einfach nur diese ja dieses von gasförmigen zustand in flüssigen zustand das bringen kann hat man dann so eine art quelle gebastelt und das war interessant gewesen ich habe mich dann sofort an konstantin meils buch die sendetechnik der götter erinnert ich habe viele bücher von ihm da ich habe die ganzen bücher habe ich nicht verstanden muss ich sagen so bis ins enddetail aber dieses buch die sendetechnik der götter das habe ich verschlungen das 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 hat sich gelesen wie krass heftig kann ich nur empfehlen und da drin ging es um diese kirchen diese ganzen heiligen bauten die gemacht wurden die alle nach heilige geometrie oder ziemlich nahe an dieser heiligen geometrie dran gebaut sind und wie ich da oder wie wir jetzt ja wissen können sich in den dingern auch wunderbare wirbel ausbilden dass man mit den dingern vielleicht über kilometerweiten sendenetz aufbauen kann ist vielleicht die eine sache aber dass die kirchen die da an spezielle plätze gebaut worden sind vielleicht auch dafür zuständig sind die quellen im umkreis zu speisen das war mir neu gewesen aber ich habe schon mal irgendwo gehört dass da wann irgendwo eine alte kirche abgerissen wird dass rundherum auch die quellen versiegen ab und zu und das wäre dann eine erklärung neulich habe ich durch schöne grüße an dich du weißt wen ich meine durch denjenigen eine info bekommen dass angeblich unter vielen kirchen oder unter jeder kirche keine ahnung ich habe es noch nicht überprüft das nur mal so eine info die aber gut passen würde unter jeder kirche da im kellergewölbe irgendwie ein eichenstamm eingelassen wurde der mit dem grundwasser verbunden ist klingt logisch jetzt nach dem hier zu urteilen ja und irgendwie haben ja sowieso momentan ziemlich viele leute bock pyramiden zu bauen wenn wir jetzt auch noch wissen für was was machen ist das vielleicht ganz nützlich ja mal schauen wann es dann richtig los geht aber ich kann das mit den pyramiden und dem wasser hundertprozentig bestätigen hier seht ihr noch mal einen kurzen ausschnitt von dem ding was funktioniert und hier ist noch mal ein kleiner ausschnitt von dem ding was nicht funktioniert hat da habe ich so einen tontopf in der mitte genommen der viereckig ist hier sieht schon anders aus halb voll ist er noch ich weiß nicht ob es jetzt daran gelegen hat aber so im nachhinein da kann es nicht so richtig rumwirbeln ist jetzt mal so meine ganz leidenhafte meinung nach den ersten versuchen da ok das würde ich jetzt mal so als freie energie maschine bezeichnen wasserkondensiergerät ne eigentlich aber ist schon mal ein schritt in die richtige richtung denke ich glaube ich so das war es jetzt den rest dürfte man selber raus bekommen hm bis später ja der winkt der will sich gleich festbeißen du knall erbster ach quark der muss erstmal eine weiche stelle finden außerdem kommt der ja gar nicht auf der haut guck mal der hangelt sich immer nur du brauchst Haare auf der haut das ist der trick bei den katzen funktioniert sie auch nicht du brauchst die richtigen haare auf der haut du brauchst die richtigen haare auf der haut oh der kleine feine jetzt kribbelt noch einer ja haben wir das keine gezeigt was denn das das kleine grün ist hm 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 ha was macht die zicke hm hm alles gut hm hm hm